Ich will da eine unheimlich ruhige und lange Einstellung drehen. Wichtig ist halt, dass das Licht ganz scharf ist. Vielleicht schwenken wir aber auch schon vorher auf die Frau. Muss die eigentlich anfangen zu weinen. Und da muss dann der Mord geschehen. Was ist passiert hier? Das ist alles. Schön.